Musik So liebe Leute, da sind wir nun endlich angekommen im gleichermaßen wuseligen wie wunderschönen London. Und meine Fresse war die Anreise anstrengend. Ich bin immer noch hundemüde. Du denkst ja, hast eigentlich alles klar gemacht, so mit rotem Teppich und freien Cocktails. Na, ihr wisst ja, was los ist. Aber nein, da kriegst du stattdessen eine schöne Flugzeitenverschiebung reingedrückt. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich meine, ist ja nicht so, dass da nicht auch ein gebuchter und bereits bezahlter Zug oder sowas dranhängt. Nein, nein, da wo kommen wir denn da hin. Und da man, wenn man eh schon Verspätung hat, dann auch gerne mal ein bisschen rumtrödelt beim Boarding, sind dann aus geplanten 1-Stunden-Verspätung dann auch gerade 2 geworden. Haha, da freut man sich doch. Naja, nun ist es so, dass die Engländer halt Manieren haben, nicht so wie bei uns. Die wissen, wann sie ins Bett gehen. Na, da denkst du dir, ja, um 2, um 3 wird schon noch irgendwie was fahren vom Flughafen, ne, in einer Millionenstadt. Haha, so einfach ist es nämlich nicht. Durch die Verspätung haben wir dann also schlussendlich auch unseren letzten Zug verpasst und waren kurz davor halt irgendwie zu sagen, okay, scheiße, wir schlafen jetzt irgendwie am Flughafen, weil, keine Ahnung, wir kommen hier nicht mehr raus und selbst wenn wir in die Innenstadt kommen, kommen wir irgendwie nicht mehr weg. So, ähm, ja, kein Zug fuhr mehr, Busse dann irgendwie dann auch mega teuer oder fuhren auch nicht mehr, keine Ahnung, wann wir dann da waren. Ähm, und ich bin dann auf die glorreiche Idee gekommen, meine Sitznachbarin im Flugzeug zu fragen, ob sie weiß, ob irgendwo ein Hotel ist. Und zufälligerweise, ähm, hat sie ein Taxi genommen, das irgendwie so ein bisschen in die Richtung fuhr. Und sie hat uns dann einfach mitgenommen auf ihre Kosten und wir haben sozusagen den Stück noch bis zu uns, äh, dann bezahlt. Also, grad mega Glück gehabt, mega Zufall, die war unheimlich lieb zu uns, hat das alles klar gemacht mit dem Taxifahrer. Und ja, schlussendlich sind wir dann noch da angekommen, wo wir hin wollten. Ja, und wir beiden waren jetzt erstmal noch, äh, Karten, ein paar Lebensmittel einkaufen, gehen jetzt wieder hoch und, äh, heute Nachmittag werden wir mal ein bisschen anfangen, die Stadt zu erkunden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, liebe Leute, wir sind jetzt hier auf der Brick Lane und hier kann man sich einfach mal totfressen. Das ist der absolute Wahnsinn. Man sieht so viele Leute mit Essen in der Hand, man weiß gar nicht, was das ist, aber es sieht definitiv alles mega geil aus. Hier, die ganzen kleinen Essensstände sozusagen, die ganze Straße ist voll damit. Das hab ich echt noch nie gesehen. Das ist der absolute Kracher. Kiwi-Saft oder sowas ähnliches. Mussten wir uns erstmal gönnen. Das hier war so eine Art Limonade. Wir haben einen Ginger. Mit Ingwer und, ja. Mega. Ist gleich ein gutes Gewissen danach. Du willst viel Food, OMG. Aber ich glaub, es hat gerade erst angefangen. Wir müssen uns noch durch die Massen kämpfen. So, let's go guys. Let's go. Hallo Leute, wir sind jetzt in so einer Peace Ball. Weil so zu viel übelst viele Sachen aus den verschiedenen Ländern, der hat sich gerade was von dem äthiopischen Stand geholt. Mega, ey. Gemüse, Salz auf jeden Fall. Ja. Voll richtig. Das ist unser Tisch, Leute. Nice. Einsteigen. Geil. Happy. Happy set? Happy. 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 Tja, ihr merkt schon, wir sind delirious. nicht mehr ganz bei uns. Etwas weggetreten, selbst noch ganz bei uns. Immer schön gewesen. Außen genauso viel wie drinnen. Ich hoffe ihr könnt mich noch hören über den ganzen Wind, der hier existiert. Also wie gesagt, wir chillen jetzt hier noch eine Runde und dann gehen wir nach Hause. Existiert. Was willst du denn? Kennt man auch so von Nachrichten? Der Wind existiert. Schwerer existierender Wind von Südost. Ja, so geht das. Weißt du es nicht so? Was soll ich sagen, wenn hier strömt? Seien Sie vorsichtig, wenn Sie heute rausgehen, der Wind ist sehr existent. Und was sagst du? Schmacken, oder? Ja. Nein, Open Day. Vielen Dank.